Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Daniel Huetraro hier von dem YouTube-Kanal CQFIN5 und heute mache ich ein kurzes Video, um euch zu zeigen, wie ihr euch mit dem Projekt Gymnet anmelden könnt. Also tolles Projekt, Leute. Ich kann es nur empfehlen. Und jetzt werden wir sehen, wie man zum ersten Mal das erste Produkt dann von dem Projekt in Anspruch nimmt. Das ist nämlich quasi das Devolt, nennen wir das. Das ist dann der Tresor. Das ist eine Art von Krypto-Einsparprogramm mit toller, unglaublicher Rendite. Wir reden ja von kumulierten Rendite bis zu 11,5% monatlich für euch möglich. Ja, also vielleicht sogar höher. Was ihr dafür braucht, ihr braucht BNBs. Und als erstes müsst ihr euch entscheiden, welches Wallet ihr benutzt. Ich werde hier mit Metamask rangehen. Und auf Metamask, es ist ganz wichtig, dass hier oben den Binance Smart Chain dann abspielt. Das ist das Netzwerk. Wie das geht, gibt es auf YouTube und auf vielen anderen Kanälen Möglichkeiten, das zu erfahren. Ansonsten schreibt mir einen Kommentar. Ich zeige euch ganz genau, wie es geht. Aber wichtig, wenn ihr bei Metamask seid, müsst ihr Binance Smart Chain auf Metamask als Netzwerk hinzufügen. Ihr geht einfach mal auf Parameter und Netzwerk und dann könnt ihr dann hinzufügen. Ihr braucht einige Links, aber dafür kann ich das auch unten in dem Video, unter der Beschreibung der Video mal reinschreiben, damit ihr das direkt habt. Okay, also Metamask, Binance Smart Chain ist abgespielt und ihr braucht natürlich die BNBs. Also hier könnt ihr sehen, ich habe 1,3 BNBs zur Verfügung, weil ich damit mindestens 1,1 einzahlen werde oder mindestens 1 BNB da investieren werde. Ja, hier ist ganz wichtig, dass ihr versteht, das ist ein Investmentprojekt. Also das ist wirklich wie Leute gedacht, die wissen, was sie machen wollen und die wollen mehr aus ihrem Kryptos machen. Ich hoffe, das seid ihr. Wenn nicht, bitte Finger weg von lassen oder euch gerne besser oder wie auch immer beraten lassen. Okay, also ich habe mich entschieden, ich habe recherchiert. Das Projekt überzeugt mich, ich möchte und ich nehme die volle Verantwortung für diese Entscheidung. Jetzt brauche ich einen Empfehlungslink. Natürlich, es läuft ja auch alles über Empfehlungen. Warum? Weil es dann die beste Form von Marketing ist. Man meldet sich an, nur weil man Vertrauensmenschen da auch hat oder weil man auch selber Verstand hat, das Ding ist gut für mich und ich besorge mir einen Link und ich möchte da mitmachen. Gut, das ist alles klar. Ich habe den Empfehlungslink. Was mache ich? Ich komme hier oben, ja, auf die drei Knöpfe, auf die Menüleiste komme ich hier und ich klicke dann auf Browser. Ihr könnt das hier sehen. Ich klicke dann auf Browser. Wenn ich auf Browser bin, dann bin ich quasi auf Metamask Browser, aber unter dem Netzwerk bei einem Smart Chain. Immer drauf achten. Und jetzt füge ich meinen Revlink an. Einfach mal genau hinzufügen, Revlink. Jetzt habe ich meinen Revlink hinzugefügt. Bitte diesen Revlink nicht mehr benutzen. Also das ist der Revlink von meinem Sponsor. Also wenn ihr das benutzt, dann seid ihr nicht bei mir im Team. Also das ist nur ein Beispiel für euch, ja. Also bitte nutzt den Revlink unter der Beschreibung dieses Videos, nämlich meins, ja. Gut, ich klicke auf den Revlink, dann bin ich automatisch verbunden mit der Plattform. Aber noch nicht. Ich muss auf Unlock Wallet klicken hier, damit dann das Programm sich mit meinem Metamask Wallet, beziehungsweise Binance Smart Chain Wallet auf Metamask sozusagen verbindet. Also auf Unlock Wallet klicken und dann soll ich auswählen, welchen Wallet. Ich klicke Metamask und dann fragt er mich, möchte ich das richtig machen? Ich sage, ja, connecten. Und dann passiert erst dann die Verbindung. Auf die Wallet Adresse achten. Ja, die ersten zwei oder drei Stellen und die letzten drei sind immer ein guter Tipp, um sicher zu sein, dass man das Richtige hat. Aber jetzt gibt es ein klein bisschen Aachen, muss man dann drauf achten. Wenn ich hier runter käme und ich möchte hier meinen Balance hier einfügen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, bevor ihr runterkommt, ihr müsst nochmal auf einmal auf Wallet klicken. Genau, wenn ihr auf das Wallet klickt, dann habt ihr diese beiden Optionen, Invest oder Lockout. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr später keinen Betrag eintragen. Gut, ich habe auf das Wallet geklickt und dann habe ich die Option. Ich klicke dann jetzt auf Invest. Ich möchte ja investieren. Nochmal, das ist wirklich ein Investmentprogramm und Projekt. Und dann habe ich mein komplettes, habe ich dann wieder die Möglichkeit mit der BNB Volt Strategie Alpaka. Da gehe ich ran und ich sehe schon, was ich dann an Rendite bekomme. Aber ich muss ja jetzt einen Betrag eingeben und an der Stelle gebe ich hier eins. Ich gebe erst mal ein BNB. Ja, wichtig hier, man kann noch aufstocken. Das ist das Wichtigste. Du kannst nochmal aufstocken. Das heißt, du kannst jetzt schon mal mit einem BNB rangehen. Oder ich kann es direkt mit 1,1 mal probieren. Also 1.1 BNB. Ich gehe einfach mal damit ran. Genau. Und wenn ich das gemacht habe, was muss ich jetzt klicken? Ich klicke ja auf Invest. Ja. Dann wird das alles passieren. Da muss ich das bestätigen. Es gibt natürlich Gasfees. Und da muss ich sicher sein, dass ich ein bisschen übrig habe, um das abzudecken. Ich denke, diesmal geht es. Und ich klicke auf Confirm. Wenn ich das bestätigt habe, Confirm ist dann Bestätigen. Dann läuft dann das Programm. Das Smart Contract wird im Hintergrund alles abspielen. Und ich muss nur abwarten, bis das nie bestätigt wird. Hier. Super. Ja. Alles ist passiert. Transaktion war erfolgreich. Und automatisch habe ich Zugriff auf die Plattform hier. Transaktion completed. Also es ist vervollständigt. Also ich bin genau in dem Projekt drin. Und dann habe ich automatisch mein Dashboard. Ja. Also dazu kommt noch ein anderes Video. Aber wenn ihr bis hierhin angekommen seid, habt ihr alles richtig gemacht. Und wenn ich hier auf Dashboard klicke, dann komme ich automatisch normalerweise hier auf die Plattform. Klappt das hier noch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Aber hier hat man auf jeden Fall hier unten nochmal die Zusammenfassung. 1,1 BNB wurde da eingesetzt. Und das ist das Daily. Ja. Das ist was ich täglich. Leute schaut euch mal das an. Was ist 9,85 täglich an Gymnet werde ich bekommen. Und das ist phänomenal, Leute. Ihr kriegt so eine tägliche Rendite nicht in dem klassischen System. Ja. Also das war es für das Video hier mit dem Backoffit und alles. Das kommt noch später. Aber wenn ihr bis hierhin geschafft habt, habt ihr alles richtig gemacht. Und ihr habt es super. Ich mache das hier mal direkt Affiliate-Dashboard. Ich klicke auf Affiliate-Dashboard. Genau. Ups, kommt nicht. Ja, doch. Es ist dann unten. Genau. Ihr seht, ich habe mich gerade angemeldet. Das heißt, es ist noch nicht da. Ja. Und das ist dann erstmal das Wichtigste. Und wenn ihr hier Investor-Dashboard, dann könnt ihr das hier sehen, was ihr gerade hattet. Und wenn ihr auf Deposit macht, dann könnt ihr, das ist Deposit hier, so wie ich das sehe, oder Manager-Position. Da könnt ihr auch hier einiges an euren Teams machen. Aber das müssen wir auch uns mal Zeit nehmen, mit diesem Dashboard uns vertraut zu machen. Aber das wird später noch kommen. Ihr merkt, das ist natürlich alles am Anfang. Aber wichtig ist, dass ihr seht, wie ihr euch anmelden könnt. Und ihr seht alles, was dann für Möglichkeiten hier gibt. Currently Supply. So viel haben wir gerade. Haben wir das APY. Und so viel sind es auf jeden Fall schon im Umlauf. Leute, das war es für heute. Mehr Details kommen. Ihr seht ja, das eine oder das andere muss noch fein geschliffen werden. Aber es ist wirklich ein Start. Neues Projekt, ein neues Projekt, das gerade gestartet ist. Deshalb kommt mit ins Board. Wenn ihr überzeugt seid, ich finde es empfehlenswert. Und ich freue mich auf regen Anmeldungen bei uns im Team, weil wir betreuen. Wir bringen euch Schritt für Schritt bis zum Ziel. Und das ist das, was wir unter sauberes, professionelles Empfehlungsmarketing verstehen. Hey, ich bin Daniel Rüttraro von dem YouTube-Kanal CQFIN5. Wenn du dich mit uns ins Team verbinden möchtest, hey, du kannst zum einen meinen Ref-Link benutzen. Dieses Video gibt dir dann die Anleitung dafür. Und du kannst gerne mit mir auch Kontakt aufnehmen. Mein Telegram-Account werde ich auch unten in diesem Video auch mal in der Beschreibung dieses Video nochmal posten. Hey, ich wünsche dir alles Beste, einen erfolgreichen, guten Tag heute. Und denkt dran, Leute, heute anmelden. Alle, die sich heute anmelden werden mit mindestens 1,35 BNB. Ich habe eine Überraschung für euch. Nämlich, es gibt einen richtig tollen, fetten Discount. Für alle, die heute, heute Dienstag, heute Dienstag, der 22. Alle, die sich heute anmelden, haben noch besseren Discount. Weil das sind die Leute, die dann das Ganze in der ganz, ganz frühen Phase nochmal boosten. Und dafür werden wir uns auch belohnen. Also werden wir uns dann bedanken mit einer Belohnung. Alles gut, Leute. Macht gut. Ich wünsche euch einen starken Tag. Und man hört sich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.